Musik Wir feiern ein wenig unseren Partner, aber die Skala an der Seite von unseren ersten Herren mit Admiral als Partner und Trikotsponsor und hoffen damit auch gemeinschaftlich auf eine wunderbare Zukunft. Ein großes Dankeschön an Admiral, dass wir eingeladen worden sind. Ich glaube, so eine Abende sind immer gut außerhalb der Trainingszeit, dass man solche Abende miteinander verbringt. Das Team wurde vor knapp anderthalb Jahren neu aufgebaut. Der Trainer hat da ganz gute Arbeit geleistet, indem er durch Kontakte Spieler rangeholt hat, ob jung oder alt. Jeder versteht sich hier ganz gut und so ein Abend ist immer gut, den man immer zusammen verbringen kann, weil es halb außerhalb des Fußballs ist. Wir haben Pizza und Getränke bekommen, Champions League läuft, Barcelona gegen Chelsea, also ist ein gemütlicher Abend und macht schon Spaß. Neue Trikots sind immer gut, ein bisschen Farbe im Spiel, ist ja auch mit dem Blau, von daher sind wir alle ganz zufrieden. Wir sind natürlich auf der Suche schon irgendwo einen regionalen Partner zu finden. Das hat doch so ein bisschen einen Wiedererkennungswert und wir wollen uns da auch nicht verlieren. Und deswegen waren wir ganz froh, dass das Büro hier aufgemacht hat und man kam zusammen und so stehen wir hier. Also wir sind total happy, dass das auch innerhalb unserer Stadtteils geblieben ist und freuen uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.